Der Herr und Gott Jesus Christus ist der gleiche wie im Anfang und wie im Ende und so ist der Gott des Alten Testaments auch der Gott des Neuen Testaments und der Gott des Neuen Testaments ist der Allmächtige Gott. Er ist Jahwe im Fleisch, er ist der Herr Jesus Christus. In diesem Beitrag geht es um eine Selbstverständlichkeit, nämlich darum, dass Jesus irrtumslos ist und dass er somit die Schrift kennt, weil er die Schrift selbst eingehaucht hat, weil er Gott ist und Gott hat er bekanntlich das Wort Gottes, die Bibel, gegeben. In Lukas Kapitel 24 Vers 46 lesen wir, Und er sprach zu ihnen, also ist es geschrieben, und also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Skeptiker wenden nun ein, dass dies so nicht im Alten Testament stehe und somit sich Jesus geirrt bzw. etwas Falsches über die Schrift gesagt habe. Was lässt sich zu diesem Einwand sagen? Die Aussage Jesu in Vers 46 ist eine Zusammenfassung der Verse, die dem vorausgehen und erklärt zusammenfassend, was man über den Messias in den Büchern Mose, den Propheten und Psalmen finden wird. In Lukas Kapitel 24 Vers 44, zwei Verse vorher lesen wir, Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Das bedeutet, Jesus weist bereits hier darauf hin, dass von ihm geschrieben steht, im Alten Testament, im Tanach, und was hier in Vers 46 also geschrieben steht, das fasst das Ganze zusammen. Jesus zeigte den Jüngern die Bibelstellen wie zum Beispiel Daniel 9, 26, Jesaja 52, 53, Psalm 22 und 30, 6, Hosea 6, 2 und Jonah 2, 1 und machte dann eine zusammenfassende Erklärung, was diese ganzen Verse zu bedeuten haben. Schauen wir uns Lukas Kapitel 24 Vers 46 mit Vers 45 zusammen an. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so stets geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Das bedeutet, hier haben wir es wieder damit zu tun, dass viele Muslime zum Beispiel sagen, ja wo sagt Jesus, ich bin Gott, betet mich an. Das sagt er als diesen Satz nicht eindeutig so, aber er macht zahlreiche Anspielungen darauf und sagt von sich selbst, dass er Gott ist, dass er die gleichen Eigenschaften wie Gott hat und an seinem Handeln erkennt man, dass er Gott ist. Aber er sagt nie, ich bin Gott, bete mich an. Natürlich könnte man das dann letzten Endes umdrehen und sagen, naja, wo sagt er denn, ich bin nicht Gott, bete mich nicht an. Aber durch seine Implikationen, seine Handlungen, seine Taten und auch seine eigenen Aussagen, in denen er glasklar sagt und in denen zum Beispiel die Apostel, wie der Apostel Paulus glasklar sagen, dass er Gott ist, sowie die, ja, sowie einfach auch die alttestamentlichen Prophetien auf den Messias ganz klar sind in diesem Punkt, ja. Zum Beispiel Jesaja 9, naja, da muss man dann schon zugeben, ja, Jesus ist Gott und ja, sowohl Jesus als auch die gesamte Schrift lehren dies. Naja, und hier sehen wir also, der Christus wird leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage, mag zwar nicht im Wortlaut so in einer Bibelstelle fixiert sein, aber es steht auch nicht da, dass der Christus nicht leiden wird und nicht auferstehen von den Toten am dritten Tage. Was wir hier also sehen ist, dass Jesus einleitet mit den Worten und mit der Erklärung, dass er selbst in diesen alttestamentlichen Büchern vorkommt. Er zeigt dann den Jüngern diese Bibelstellen auf, von denen es ja genügend gibt. Daniel 9, Jesaja 52 und 53 über den Gottesknecht, Psalm 22 und 30, 6, Hosea 6, 2, Jonah 2, 1, Jesaja 9 und so weiter und so fort. Da haben wir wirklich genügend, die wir uns auch angesehen haben, auch vom Propheten Zacharia, wo wir einfach genau sehen, ja, das ist eigentlich genau, das ist genau zugeschnitten, vor Jesu Zeit auf Jesus selbst. Und dann lesen wir in Vers 45, er öffnete ihnen das Verständnis, das bedeutet, er erklärte ihnen die einzelnen Schriftstellen und zeigte ihnen, wo anhand der Schriftstellen sie Jesus Christus erkennen können. Und dann fasst er zusammen, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Denn zusammengefasst sind alle messianischen Prophetien auf diesen Punkt kommend. Also hat Jesus somit recht und es ist kein wortwörtliches Zitat, sondern es handelt sich hier um eine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung, die es aber auf den Punkt trifft. Somit haben wir es hier auch nicht mit einem, ja, nicht mit einem Widerspruch zu tun oder mit einem Fehler, sondern wir haben es hier genau damit zu tun, was wir erwarten würden, wenn es tatsächlich war. Das heißt, was Jesus in Lukas 24, 46 sagt.